Lisa Marie Koroll stellt sich neuen Herausforderungen. Seit dem 27. April ist die Schauspielerin in der RTL 2-Serie Wir sind jetzt zu sehen. Ein ganz neues Gebiet für den Bibi und Tina Star. In der Serie spielt sie die 17-jährige Laura, die mit allen Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens konfrontiert wird. Sex inklusive. Klar, dass der erste Leinwand Sex nicht ganz einfach ist. Nach vielen Gesprächen mit Schauspielkollege Justus Csaya, der ihren Serienfreund Oli spielt, hat sie den Dreh aber gut überstanden. Am Ende war es halt auch nicht wirklich anders als alles andere, nur dass man halt nackt war. Trotzdem war ihr die Premiere, bei der auch ihre Eltern zusahen, etwas unangenehm. Zu dem, was man sieht, kommt natürlich noch der akustische Aspekt. Und das war dann schon so ein bisschen, okay, ja, das muss jetzt nicht sein. Da sie zuvor aber sehr offen mit ihren Eltern über die Szenen gesprochen hat, war es nur halb so schlimm. Auch für Justus war es nicht ganz einfach, sich die Szenen anzuschauen. Beim ersten Mal bin ich ein bisschen in meinem Sitz versunken. Ihrすperson. Ii. Ii. Ich hab never den, was ich nur. But war es nicht ganz einfach. Bis jetzt ist, informação. T trata, da kingdom in there! Voren